2011 haben wir angefangen zu planen. 2013 waren wir dann weitgehend fertig mit den Plänen. 2015 dann die Grundsteinlegung im November und dann ging alles ganz schnell. Der Rohbau war drei Monate früher fertig als wir gedacht hatten. Alle anderen Gewerke im Zeitplan ebenfalls fertig geworden und jetzt dann Mai 2019 in Betriebnahme. Dass wir das so hinbekommen haben, das macht uns wirklich stolz. Wir tun das ja nicht nur für uns oder zum Selbstzweck, sondern das ist gut für unsere Patientinnen und Patienten. Wir können an der Stelle adäquaten Komfort anbieten in den Zweibettzimmern. Wir haben eine ganz neue Einheit mit 14 topmodernen OPs, die wirklich sehr gut ausgestattet sind, wo alle technischen Möglichkeiten, die heutzutage denkbar sind, eingebaut sind. Und damit einher geht der große Intensivbereich. Die Betreuung von Patienten mit schweren Erkrankungen, die große Operationen brauchen, ist dann bei uns in diesem Intensivbereich rund um die OPs herum möglich. Also es gibt so viele Gründe, sich auf den Neubau zu freuen. Aber aus meiner Sicht, wie gesagt, ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Und damit Sie alle sehen, was wir hier in den letzten drei Jahren gebaut haben, laden wir Sie alle ganz herzlich ein, sich das einfach mal direkt anzuschauen. Der Blick hinter die Kulissen am Tag der offenen OPs am 19. Mai ab 11 Uhr. Sie können sich alle OP-Räume angucken. Das ist ja ein Bereich, wo man normalerweise nicht als Besucher hinkommt. Das haben wir alles geöffnet. Sämtliche Stationsbereiche sind geöffnet. Das Klinikum Fulda gehört der Stadt Fulda. Kommen Sie und schauen sich Ihr Krankenhaus an.